Was wäre, wenn Ronaldo und Modric bei Eintracht Frankfurt spielen würden? So sieht der Kader aus. Die beiden Weltklasse-Spieler sind wie zu erwarten die mit Abstand besten Spieler im Kader und bringen das Team auf ein neues Level. Wird es bei Frankfurt jetzt mit den beiden wieder Richtung Champions League gehen oder floppt das Experiment? Im DFB-Pokal verlief der Start etwas enttäuschend, da Frankfurt bereits in der zweiten Runde ausschied bzw. die erste, die man spielen musste. Ronaldo konnte in einem Spiel kein Tor und keine Vorlage machen und Modric konnte auch in dem einen Spiel weder ein Tor noch eine Vorlage machen. Die Liga war dafür aber deutlich besser und man konnte Platz 4 erreichen mit 15 Punkten Abstand auf Platz 5, also sehr sicher und hat teilweise sogar um die Meisterschaft mitgespielt. Ronaldo glänzte in 33 Spielen mit 16 Toren und 7 Vorlagen, während Modric in 33 Partien 12 Tore und 11 Vorlagen beisteuerte. Und dann noch die Conference League, in der Frankfurt im Viertelfinale gegen Lille rausgeflogen ist. In diesem Wettbewerb konnte Ronaldo in 12 Spielen 5 Tore und 1 Vorlage machen und Modric konnte in 12 Spielen 2 Tore und 1 Vorlage machen. Insgesamt lieferte Ronaldo in 46 Spielen 21 Tore und 8 Vorlagen, während Modric in 46 Partien 14 Tore und 12 Vorlagen beisteuerte. International mag die Saison nicht herausragend gewesen sein, aber auf nationaler Ebene war Frankfurt umso stärker und hat sich sogar mit der Champions League belohnt.